Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Call of Duty Vanguard. In der letzten Episode haben wir endlich diesen Death Artist abgeschlossen. Nicht jener, hier ist er. Und ich bin heil froh, dass wir das hinter uns haben. Ich hätte nicht gedacht, dass das so unangenehm ist. Letztendlich auf House, auf Hardcore ging das ganz okay. Wir haben noch eine Aufgabe vor uns und zwar Dead Eye. Noch 51 Long Range Kills. Genau das nehmen wir uns vor. Ich spiele wieder den ganz normalen Modus. Ich schaue hier defaultmäßig auf Assault, auch wenn das eh nicht angezogen wird. Team Deathmatch, Domination, Kill Confirm, Petrol und Hardpoint. Und wer es nicht gesehen hat, mein Loadout ist wieder so, wie es zuvor die ganze Zeit war. Mit einer Ausnahme, ich habe den Silencer rausgenommen und nehme stattdessen diesen Stabilisator. Ja, los geht es. Wir spielen 12 gegen 12 auf Berlin. Patrouille ist angesagt. Und Berlin ist eigentlich ganz gut für Long Shots. Zumindest als ich die Automatoren gelevelt hatte, ging das hier ganz ordentlich. Und zwar genau hier an dieser Ecke. Und sich hier so hinstellt und darüber schießt und auch drückt. Dann macht man ab und zu Long Shots. Jetzt hat natürlich der Gegner die Patrouille eingenommen. Das heißt, die wandert da rüber, in die falsche Richtung. Ähm, wir haben einen Spawnflip, oder? Ja, dann bin ich hier komplett falsch. Und da macht schon jemand den Radar kaputt. Das ist unangenehm. Das macht man doch nicht. So, passe davon. Das sind aber viele hier. Da hing ich im gegnerischen Spawn. Also, Fliegerufen bringt natürlich nichts, wenn man keinen Radar hat. Da war er. Das wäre natürlich lustig, wenn ich jetzt... Oh, ist das schön. Ist das schön. Tja, die Gegner sind auf der anderen Seite. Glaub ich. Ach. Der ist nicht umgefallen. Upsala. Ach, da war einer. Gut. Schon wieder der Radar kaputt. Oh, das ist gemein. Wir sollten jetzt so langsam aber sicher mal diesen Punkt da einnehmen. Ja, so natürlich nicht. Nein, da müssen doch irgendwo Gegner sein. Ich hab keinen gesehen. Kurios. Hab keinen gesehen. Ach, das war gar nicht unser Hund. Gut. Das läuft natürlich alles andere als optimal. Einmal kein Radar. Gegnerische Hunde. Das volle Programm. Oh, da war er noch. Dann luck ich mal hier raus. Und wie sie sehen, sehen sie nichts. Hier sieht man aber auch nichts. Oh. Also rein von der Anzahl an abgeschossenen Gegnern war das ordentlich. Da war noch einer. Was passiert denn jetzt? V2-Rakete? Jetzt schon? Oh, ist das traurig. Na gut. War eine schnelle Runde. Das ist aber hell. Boah. 63 Abschüsse. Der hat ordentlich aufgeräumt. Na gut. Wie viele waren es? Einer, oder? Ja. Leider nur einer. Gut. Weiter geht's. Kill confirmed auf Numa Numa. Ist natürlich alles andere als optimal für Longshots. Ich weiß gar nicht, ob man hier überhaupt welche machen kann. Kill confirmed. Subdue all threats. Use all your senses. Sight, sound, touch, smell, and gun. Ach so, ja. Ich habe ja dieses andere Visier mal genommen. Ja, wenn ich... Das war ein Longshot. Gut. Gut. Ups. Da stand einer. Jena da. Junge auf, da. Junge auf, da. Junge auf. Junge auf. Ich bin verdammelt. Junge auf. da am kopf vorbei ich wollte wieder den in der mitte nehmen von den beiden ich glaube ich habe noch keine einzige marke eingesammelt indem wir meine mitspieler weg ich nehme wenigstens die hier ich bin nicht zu nah dran ich muss weiter weg sind leider mitspieler hier kommt einer einmal den hund da kommt keiner oder Ja, wo sind sie denn? Von irgendwo kam eben eine Granate. Da ist einer. Aber der ist auf K. Longshot. Oh, da kam ein Gegner. Und mein Hund interessiert sich gar nicht. Der guckt zu, wie ich da umfalle und lässt sich abschießen. Sehr schön. Ja, aber jetzt hätte ich eben hier links etwas gehört. Na, die hocken alle hier drüben. Da zum Beispiel. Oh, der lebt ja noch. Jetzt hat er mir meine Marke weggenommen. Neue Intel. Ready for report. Ja, super. So viel abgeschossen und ich kann nicht dazu die Marken einzusammeln. Ja. Da mal einer. Ich bin da. 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 Das gleiche gemacht wie ich eben mit dem Typen. Drei Marken. Das ist nicht viel. Drei Marken und weg. Und das waren leider auch nicht viele Longshots. Aber so viel lässt die Map hier halt auch nicht zu. Drei Longshots gemacht, nur. Nicht viel. Gut, weiter. Ähm, Domination. Acht gegen acht. Ich bin gerade am überlegen, wo man hier überhaupt Longshots machen könnte. Ich glaube, das hier ist die einzige Stelle. Und zwar dieser dünne Gang. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, Longshots zu machen. Das ist natürlich eine Katastrophe. Ich will zu B. Ich will helfen. Oh, der hockt da, oder? Ernsthaft. Ich glaube, das war eben der Hocker. Ich glaube, das war eben der Hocker. Vielleicht kann man sogar hier... Da ist einer. Aber... Nein, der lebt noch. Jetzt. Da ist niemand. Da war der Longshot. Aha. Es geht also doch. Wen gleich das von hier hinten ziemlich dämlich ist. We hold Charlie. Friendly, sending a glide bomb. Da war der nächste Longshot. Ich brauche noch ein bisschen Munition. Noch ein Longshot. Ich wollte eigentlich nicht die Tür schließen. Oh, da ist einer. Und von hinten auch. Warum immer der Hund eben nicht angegriffen hat. Find ich hier jemanden? Nein. Dort? Nein. Aber da hinten sind welche. Oh. Aua, aua, aua. Wo war denn der? Ah ja. So, ich suche noch einmal da rüber zu kommen. Das sieht gut aus, da wir hier B haben. Ach. War gar nichts. Ach. Team-Mate called a bombing run. Heads up. C ist gesichert. Aber B verlieren wir jetzt. Schnell zurück. Hänger ist einer. War einer. Upsa. Oh, ich hänge fest. Da ist da jemand. Ist der tot? Nein. Da sind die Daffine. Was läuft denn jetzt? Blöd. 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 Schade. Einmal hier durch. Oh, da ist einer. Oh, da ist einer. Neue Intel, bereit für reporten. Was? In dem Häuschen. Jetzt kommen wir. Jetzt haben wir weh. Sehr gut. Ei, 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 ei. Wir sind wieder hier. Da kam er, den habe ich gesucht. Oh, aber hier wollte ich hin. Wenn da die Granate nicht gewesen wäre. Oopsela. Immerhin, er ist umgefallen. Oh. Da müsste noch einer sein. Mindestens. Hier noch. Wurde ich niedergestreckt. Wo ist denn jetzt der eine? Hier war er eben. Hier. Ist mal gemein. Ich habe halt nichts gesehen. Aber ich lebe. Das schmeißt sehr gut. Oh, ein Longshot. Sehr schön. Ich habe kein Problem. Geht. Das ist ein Problem. Da ist ein Problem. Das Gegenteil. Das Gegenteil. Das Gegenteil. Das Gegenteil. Nein. Dann schauen wir mal. 58. Wie befürchtet, es waren nicht viele. Wie habe ich denn das mit der Automaton gemacht damals? Ah ja, ich hatte... Tja. Da gab es hier einen Spielmodus. Team Deathmatch auf großen Maps. Den gibt es gerade leider nicht. Ich könnte natürlich nach Paradise gehen. Wir probieren das mal. Paradise ist definitiv groß genug für Longshots. So, 6 gegen 6 auf Paradise ist natürlich eine Katastrophe. Das sind ein bisschen wenig Spieler. Auf der anderen Seite, wenn das Hardpoint ist, geht das noch? Hardpoint confirmed. Kontakt auf der Hardpoint. Denn man weiß zumindest, wo die Spieler hinwollen. Hardpoint ist aktiv. Nehmlich zum Punkt. Das war nicht weit genug. Ich glaube, man kann von hier Longshots machen, wenn man einen Gegner sehen würde. Das war Qualm. Den brauche ich nicht abschießen. Ich klettere mal hier hoch. Versuche hier mein Glück. Naja, das artet jetzt halt wieder in Camping aus. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Zumal die alle da drüben sind. War ich zu langsam. Das ist ein Longshot habe ich geschafft. Das war der zweite. Und die wissen jetzt auch, wo ich bin. Das heißt, die versuchen mich hier weg zu snipern. Dann kommt mal ran hier. Da kann man die Leiter hoch. Und in dem Moment habe ich geschossen. Was ist das niedlich. Das war natürlich jagerlich, mein guter. Das waren wahnsinnig viele Kills, die ich hier gemacht habe. Hardpoint ist da hinten. Hier läuft alle in die falsche Richtung. Auf die Bombe in die Bombe in die Bombe. Auf die Bombe in die Bombe. Komm, zeig dich. Ich kann mir vorstellen, sie ist gestorben. Durch diese Bombe. Schießt der auf mich? Hostile Goliath auf der Krall. Oh, da war einer. Oh, da war einer. Oh, da war einer. Oh, da war einer. Eine gute Map für Longshots. So, dann gehen wir wieder hier hoch. Longshot. Oh, da war einer. Oh, da war einer. Kommt einer. Kommt einer. Kommt einer. Kommt einer. Nächster Longshot. Ich stehe genau am Hardpoint. Ich stehe genau am Hardpoint. Kommt einer. Kommt einer. Hardpoint ist aktiv. Das ist für die Intel. Kommt einer. Kommt einer. Kann man hier langlaufen? Na, nur ein bisschen. Oh, da war knapp. Kommt einer. Ich glaube, der hat es auf mich auch gesehen. Ich glaube, der hat es auf mich auch gesehen. Tja, von hier sieht man halt gar nichts, wenn der Hardpoint da drüben ist. Oh. Der lebt ja noch. Wo kam das her? Das waren Longshots. Sehr gut. Das war der nächste Longshot. Das hat sich gelohnt. Das hat sich richtig gelohnt. Ich war zwar leider nicht im Punkt. Aber... Das waren viele Longshots. Heißt, Paradise ist definitiv eine sehr gute Option. Das machen wir so weiter. Das war's. Ich brauche nur einen. Double Kill! Dann schauen wir doch mal. Ja, 68. Das ist sehr gut. Wieviel hatten wir denn vorher? Irgendwas in die 50 war es. Nach 32 weitere Longshots. Da sehe ich Licht am Ende des Tunnels. Es geht voran. So, Domination ist dann gesagt. Das ist jetzt nicht unbedingt der beste Spielmodus. Domination. Move on the objective. This will separate a week from the chaff. Closing with Charlie. Ich werde mich garantiert gleich wegesnipet. Oder auch nicht. ja da blitzt es ganz schön da drüben aber ich ging es doch irgendwo irgendwo war da hier wieder den eingang nicht hier ist der kann nicht hin ich würde schon gern noch das b einnehmen du nimmst mal schön das b und ich gebe dir von hier ich sehe nichts da ist keiner dann gehen wir wieder aufs dach das waren zwei longshots aber das hat sich eben richtig gelohnt der lebt noch allein ist der kann durchkommen hier sind wir sehr gut sehr guter punkt ich habe ihn doch eben nicht abgeschossen oder longshot longshot ich konnte mich nicht hinlegen schade aber ich bin wieder hier sehr gut so gut ist jetzt nur noch eine frage der zeit bis genau das hier passiert dass ich noch nicht mal richtig oben bin und schon abgeschossen werde ich weiß nicht mal von wo da war er gut das war noch untergefallen so etwas das war nichts das war nicht los wir sehen uns Schön vorbei, geschossen. Hängen jetzt hier ein bisschen fest und kommen nicht weg. Schade, das überlebe ich halt nicht hier. Ach, jetzt kommen auch Kimmets. Sehr schön. Wo noch Zeit? Schauen, ob ich hier reinkomme. Wow. Komme ich nicht. Ich mache dann hier noch einmal. Ups, Alter. Oh, Spawnflip. Wo kommt denn das her? Keiner auf dem Dach. Sehr gut. Und da sind wir wieder hier. Dummerweise haben wir jetzt den A-Spot. Das heißt, ich siehe von hier dann nicht mal jemanden. Nein, das bringt nichts. Wow. Schade. Jetzt sind wir wieder hier. Gut, dass der Team-Mater von weggerannt ist. Sonst läge ich jetzt im Dreck. Man weiß jetzt halt, wo ich bin. Nein, ich bin ein Schade. Ich bin ein Schade. Ich bin ein Schade. Damit wird er nicht gerechnet Tür zu Schale Mancipier Ist das meiner? Ja Der Hund macht irgendwie gar nichts Außer sich abschießen zu lassen Aha, geht auch Wurz, oder? Ah, der liegt schon wieder dort Da drüben glitzt es und es sind mehrere Ja, ich muss ja durch den Tunnel durch Irgendwie So natürlich nicht So erst recht nicht Das, was hier noch ein bisschen weiter knallt Vielleicht entsteht dann ein Tunnel Wer hat denn hier geschossen? Wo kann denn der... Ach, von dort Na gut, gehen wir zur A Irgendwie in die falsche Richtung Das ist ein bisschen Das ist eine große Wir werden auf dem Das ist eine Krone Das ist unsere Runde Das sind uns Wir sind 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 Jetzt komm ich aber wieder... Ja, jetzt komm ich wieder hier hoch. Der liegt immer noch dort. Oh, da waren noch Longshots drin. Tja, also zumindest für mich lief das ganz gut. Ein bisschen langsamer alles, ja. Aber das liegt halt in der Natur der Sache von Longshots. So, wie viele waren es? Oh, schön. Wir brauchen nur noch 21. Es wird... Okay, 10 gegen 10 Hardpoint ist angesagt. Ich will durch den Tunnel. Was blitzt denn hier so? Na nur. Ja, Longshot. Schön. Das war der nächste. Ich finde, das hat etwas verstörend, dass wir hier nur zu zweit sind. War nur eine Frage der Zeit. Oh, sehr schön. Hier drüben gespawnt. Hier will ich da auch hin. Jemand da oben? Nein. Confirmed. Enemy has the Hardpoint. Hardpoint activated. Oh. Huh? Das war aber knapp. Ach. Da hoppt noch immer einer. Versuche ich es von hier. Ups, Alter. Das ist gerade blöd. Oh, da will ich hin. Wunderbar. Ich bin hier auch allein. Bin hier auch allein. Das war der Erste. Jetzt ist hier noch einer. Und er legt sich hier hin. Und er legt sich hier hin. Sucht ihr da einen eigenen Punkt? Ich war zuerst hier. Störe ich mich da vor? Also, das war's für mich. Das Gute ist halt, wenn die Gegner einmal sehen, wo du bist, versuche ich immer wieder, dich hier abzuschießen. Ich habe doch eben einen gesehen, als ich hier geduckt war. Oh gut. Kommt da, ne? Hm, alles weg. Die sind alle hier rechts, okay. Da zum Beispiel. Ei, 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 ei. Ohohohoho. Runter gefallen und auf der Granate gelandet. Muss man auch erstmal schaffen. Ist der tot? Ne, ich glaube nicht. Na. Ach. Hostile Recon in the air. Spies in the sky. Get tied from me. I'm a fucking better. Let's hit for the intel. Hostile Bombers in bound. Hostile Bombers in bound. Oh, das waren sogar zwei. Oh, von der Saal getroffen. Da oben ist da noch einer, die mich abschießen. Dann wieder hier hinten entlang. Oh, das war's. 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 Oh. Oh, das war's. Oh. Oh, das war's. 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 Oh. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Angelegenheit, Glidebomb in die Zukunft. Leid es los, schweiß zurück! 26 Abschüsse, viele davon Longshots. War gut. Ja, und für die 0 Sekunden im Ziel entschuldige ich mich jetzt schon. Eigentlich spiele ich immer auf Sieg, aber ich brauche heute Longshots. Das eine geht nicht mit dem anderen. Gut, wie schaut es denn aus? Noch zwei. Nur noch zwei. Oh yeah. Gleich geschafft, gleich geschafft. Okay, wir spielen Team Deathmatch, 6 gegen 6. Über Team Deathmatch bin ich ganz froh, denn das geht nicht so lang. Ich brauche ja nur noch zwei Longshots. Das sind recht wenig für diese Map. So, da hochgehe ich noch nicht, weil das wäre blöd. Blöd, weil ich von daher noch keine Gegner sehe. Die müssen hier drüben spawnen. Ist der zufällig da hochgelaufen? Von eben? Nein. Ich fasse es nicht. Da war ja doch einer da oben. Oder der ist eben da gespawnt. Das kann natürlich auch sein. Da oben ist niemand. Ich habe jetzt schon fast die Befürchtung, dass ich die Longshots jetzt nicht zusammen bekomme. Oh, da ist ja jemand. Kein Longshot. Dann versuche ich es mal von hier. Ich fahre, wo kam denn hier? Ach, von da unten. Okay. Okay. Ups. Falsche Taste. What? Ach, wieder von dort. Ich habe das Gefühl, die laufen mir immer hinterher, egal in welche Richtung ich laufe. Die kommen immer von hinten. Das ist schlecht. Das war der Erste. Und einen noch. Schau mal. They're sending mortar shells! Da war er. Kommt noch einer hinterher. Ja, das reicht. Muss ich nicht da oben campen. Challenge complete steht da. Und es wird untermalkt mit diesem Feuerwerk. Bleibst du hier? Der versucht mich abzufangen. Ein Wuffi. Nein. Gut, dann wechseln wir mal das Visier. Wieder hier drauf. Und dann kann ich endlich wieder normal spielen. Oh. Und schon treffe ich nichts mehr. Das lief mit dem anderen Visier besser. Definitiv. Das lief mit dem Busch. Okay. Na nun? Er hat eigentlich auf mich gewartet. Von hier sehe ich nichts. Da ist auch nichts. Oh, da war einer. Na nun? Ihhh, Gas, Ixe. Das ist irgendwie verblüffend, wie schlecht ich bin, soweit ich mal nicht mehr Kämpfer. Ja? Aha! Ah! Da irgendwo. In den Kopf. Ich komme nicht durch. Da habe ich noch gesagt, ich bin froh, dass das Team Deathmatch ist, denn das geht so schön schnell. Nix war's. Das dauert irgendwie ewig alles. So, gehen wir wieder hier rüber. Ah, schade. Hier wieder aufpassen. Da war vorhin einer. Gut, das war jetzt Pech. Ich weiß nicht, dass der genau in den Moment da reinkam und ich nicht getroffen habe. Ups, oder? Wir brauchen noch einen Abschuss. Hm, die anderen auch? Wir haben verloren. Ach, nö. Tja, an mir lag's nicht. An mir lag's nicht. Und hier waren sogar einer weniger. Ist das traurig. So, da ist sie, das gute Stück. Da ist die goldene ITRA-Bürst. Hat lang genug gedauert. Weiß gar nicht, wie viele Episoden das jetzt insgesamt waren. 15, 16, so ungefähr. Ja. Ich hoffe, bei der nächsten Waffe geht es bedeutend schneller. Denn das hat sich jetzt echt gezogen am Ende. Aber manchmal ist das halt so. So, machen wir hier noch den grünen Punkt weg. Genau. Sehr schön. Ich bin erst einmal zufrieden, dass wir das geschafft haben. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Däumchen da. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich die nächste Waffe auf Gold spiele, dann abonniert meinen Kanal. Bis dahin. Gehabt euch wohl.